Guten Tag, liebe Facebook-Freunde hier aus Merfelden-Walldorf. Über mir fliegen die Flugzeuge der Startbahn West, auch mit einer kleinen Ukulele. Eigentlich hat man hier gute Möglichkeit, ein bisschen zu üben, denn das Instrument ist sehr leise. Jetzt mal zur Übung die Tonleiter in C. Und da kann man natürlich dann ein paar andere Übungen noch machen, ein bisschen Rhythmus und so weiter und so fort. Aber jetzt ein Lied im Wald, im grünen Walde. Heute muss ich ein bisschen anders spielen, denn die Gurte fehlen. Dadurch hat das Gerät wenig Halt, also mache ich nur mit Daumen. Im grünen Wald, dort wo die Drossel singt, Drossel singt und im Gebüsch das muntere Rehlein springt, Rehlein springt. Und da hinten sind manchmal bis zu 100 Damp-Wildstücke. Okay, das war ein kleiner Einblick. Jetzt kommt der nächste Flieger. Die kommen ständig. Prost aus Merfelden-Walldorf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grasbach-Lamand-Dropshan-Dropshan-Drops-Dropshan-Dropshan. Mettung-Walldorf-Sqr-Hats